Pure Production AG ist der führende Schweizer Produzent und Anbieter von gesetzeskonformen Hanfrohstoffen und Produkten. Wir betreiben in Zeiningen auf über 23'000 m² eine Grossgärtnerei, die sich auf den Rohstoff-Hanf fokussiert. Unsere Gärtnerei besteht aus der Aufzuchts-, Blühe- sowie Genetikforschungsabteilung. Uns ist es wichtig, 100% transparent bei allen Produkten zu sein. Unsere Wertschöpfungskette ist einmalig und ermöglicht Ihnen jederzeit die jeweiligen Laborberichte von Ihrem Produkt abzurufen. Geben Sie die LOT-Nummer, die Ihnen auf dem Produkt ersichtlich ist, ein und Sie kommen dann die zugehörig spezifische Auswertung und Werte für Ihres erworbene Pure Production Produkt über. Neben modernem und standardisiertem Indoor-Anbau verfügt Pure Production AG auch über Treibhäuser und Outdoor-Felder, wo Hanf in drei Gütenklassen angebaut wird. Die Pure Production AG vertreibt Ihren Hanfrohstoff zu 60% an Schweizer Pharmaka-Firmen und zu 40% mit einem eigenen Produkt, Tabakersatz auf pflanzlicher Basis ohne Nikotin. Neugierig mehr zu erfahren, besuchen Sie uns auf dem Hanferlebnishof in Zeiningen. Mehr Informationen auf dem Hanferlebnishof in Zeiningen. Bis zum nächsten Mal.